Ja, Frank-Pennig führt das Böden mit der Startnummer 50. Frank-Pennig für Almer 5. Frank-Pennig für Almer 5. Werner Wittler auf 3. Als der Rundfunk der Wende, als der Höchst, der auf dem Boden stehert, wird die Wende völlig anders an der Wende. So ein kleiner Passier, dann wurde Geiger aus 6. Wolf Trager aus 7. Hans-Peter Schmitter aus 8. Hans-Peter Schmitter aus 8. Und schon mit einer dicken Waldfahne und gleich gefahrläuft über Runde zu rühren Hans-Peter Schmitter aus 8. Hans-Peter Schmitter aus 8. Danach, Hans-Peter Schmitter aus 8. Dann bin ich versiert worden. Auf dem Hübsch, wägt aus 8. Aber in dieser Zeit kein Rieger. Schausch ist, dann bin ich verholt in den Hübsch. Kein Wunder, dass er sich an Auf dem Hübsch mit seiner Geschwindigkeit ...99 von 1.50m. ... sehr schön weiter auf. Mein Liebermann, der Refekt zwischen Werner Wittkopf und Albert Hund... ... äh Albert Hund, Entschuldigung. ... ganz leider, und zwar Wohlwiese, auch die Israel ist sehr interessant. Ah, gut, gut, gut. ... würde leider aus dem Engel gar die Wissenshöhe böse gegenüber diesem Sender-Eins-Kar. Ja, das Rennen ist gelaufen. Die Fahrer, die jetzt noch einmal die untere Kurie wendeten, also an... ... dass er abgewickelt hat, den... ... und zwar, ich glaube, das war ein Wissenshöhe. ... und zwar, ich glaube, das ist nicht so, dass er nicht so ist. Aber ich glaube, wir sind nicht so. ... und zwar, das ist ein Wissenshöhe... ... und zwar, das ist ein Wissenshöhe.